Wenn Sie Wert auf neueste Technologie und höchste Bildqualität legen, dann sollten Sie zu einem Fernseher mit OLED-Technologie greifen. Diese Geräte verfügen über hellere Bildschirme, schnellere Bildwiederholfrequenzen und eine detailliertere Farbtiefe als LED-Fernseher. Sie eignen sich gleichermaßen für Film- und Spielefans, da jeder Pixel sein eigenes Licht erzeugt und dieses auch ausgeschaltet werden kann, um ein satteres Schwarz zu erzeugen. Aber OLED-Fernseher haben noch weitere Vorteile. Sie sind schmaler, leichter und verbrauchen weniger Energie. Wenn Sie also auf der Suche nach dem ultimativen Farberlebnis sind, ist ein OLED-Fernseher die richtige Wahl.